Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3299. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Erwin ist zwar schon im Ruhestand, steckt aber immer noch voller neuer Ideen. Erwin ist zwar schon im Ruhestand, steckt aber immer noch voller neuer Ideen. Ich habe gestern jemanden kennengelernt. Der Mann ist gebildet, attraktiv und immer noch Single. Ich habe gestern jemanden kennengelernt. Der Mann ist gebildet, attraktiv und immer noch Single. Ich habe gestern jemanden kennengelernt. Der Mann ist gebildet, attraktiv und immer noch Single. Ich habe Schmerzen. Meine Schulter und mein Nacken sind immer noch nicht in Ordnung. Ich habe Schmerzen. Meine Schulter und mein Nacken sind immer noch nicht in Ordnung. Ich habe Schmerzen. Meine Schulter und mein Nacken sind immer noch nicht in Ordnung. Hier an der Uni mache ich genau das, was ich schon als Kind machen wollte. An diesem Modell kann ich dir erklären, welche Funktion die einzelnen Zähne haben. Alle waren froh, dass der Umzug so schnell ging. Durch die Tattoos kommen meine Muskeln viel besser zur Geltung. Durch die Tattoos kommen meine Muskeln viel besser zur Geltung. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Auf einem Volksfest röstet der Koch den grünen Spargel. Ich mache eine Rundreise durch Europa und sehe mir dabei die Sehenswürdigkeiten an. Ich mache eine Rundreise durch Europa und sehe mir dabei die Sehenswürdigkeiten an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist keine leichte Übung. Ich spüre ein Brennen in Armen und Beinen. Das ist keine leichte Übung. Ich spüre ein Brennen in Armen und Beinen. Versuche über das Seil zu springen. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Unsere Freunde sagen, dass wir ein ideales Paar sind und gut zusammenpassen. Unsere Freunde sagen, dass wir ein ideales Paar sind und gut zusammenpassen. Naturprodukte sind gut für die Haut. Verwende sie möglichst täglich. Naturprodukte sind gut für die Haut. Verwende sie möglichst täglich. Soll ich dir bei deinen Schularbeiten helfen oder schaffst du es alleine? Länger als das eigentliche Fotografieren dauert die Nachbearbeitung der Fotos am Computer. Du hast recht, es ist genau das Thema, das mich momentan am meisten interessiert. Du hast recht, es ist genau das Thema, das mich momentan am meisten interessiert. Wenn meine Mutter mir hilft, kümmert sich mein Vater um meine kleine Schwester. Wenn meine Mutter mir hilft, kümmert sich mein Vater um meine kleine Schwester. Wenn meine Mutter mir hilft, kümmert sich mein Vater um meine kleine Schwester. Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Hier ist viel zu viel Lärm. Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. So mag ich meinen Kaffee. Filterkaffee ist einfach das Beste. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Verlust. Intervention. Verweiglich. Verweiglich. восk kann dich das haben. Ich passe dir das massive από quantities. Ich habe das beste Gotto Swerger.